dieser mercedes benz a 180 ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in den silbernen fünftürer platz der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 49.000 kilometern die erst anmeldung bei ende 2012 die limousine besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp navigationssystem einparkhilfe bluetooth startstopp automatik und vieles mehr unter der haube gibt der sparsame benziner eine leistung von 122 ps an das schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 5,5 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr die die die